so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf mein kanal wir sind heute in tschechien ja und machen eine böller tour das lustige ist ich nehme das präintro erst auf nachdem die tour schon vorbei ist das ist ja gut aber wenn haben wir denn alles hier so dabei wir werden hier so neben mir natürlich alle verlinkt das ist das ist unser das ist unser das ist unser in dem bus hinten sind noch böler check der böler check die haben gerade kauft sein märz kauft sein märz und ich wünsche euch jetzt viel spaß mit dem gezündel hört sich immer noch komisch ein weil wir schon befindet haben aber ja was ist denn jetzt hier was haben sie hier aha sagen sagen sie was zu dem produkt oder nein nein gut selbstklärend nicht so rum willst du gleich einen werfen ja natürlich gleich an gucken was sie können ich dachte übrigens das sind reiber die sind ganz passabel eigentlich die fetzen so hier spanish cracker von pyrostar sicher ja nee bröckhoff guck mal manufaktor bröckhoff ja aber hier steht da stand gerade noch irgendwo habe ich das gelesen pyrostar genau darunter importier aus pyrostar und hersteller bröckhoff zeig mal ah die sehen scheiße aus blinder sind immer schön we love blinder gehen doch voll ja kurzer zwischenstopp leute also naja erzähl mal was zu diesem was hat denn das ist damit zu tun du bist ausgelaufen also also dieser moment wenn man quasi hier zündet und hier ab ja ich glaube ich muss da nichts mehr zu sagen das ist es auf jeden fall naja ich mache das alles für euch leute habt das bitte zu schätzen und jetzt geht's weiter mit netten artikeln so 5 als p3 von jorge das war geil und der rauch auch so hier tschächen und tour machst du alle ja ich hab grad sogar ein bisschen piepen ohne witz ja übel also neu neu mit titan ohne gleich mal so gut und jetzt liebe von der so geil jetzt wird mal was schön impuls hier sind mosquito den den zünden doch dann mal an jetzt vergleichen wir mal ja kannst du nehmen color salut extra laut mit dem horror 1 aus estland oder letztland irgend sowas beide sehr starke dinge ich würde mal sagen fangen wir an mit dem color salut extra laut der war gar nicht mal so böse lol okay krass kann es sein dass er vielleicht ein bisschen durchgezündet egal jetzt machen wir diesen wunderschönen horror 1 das war sogar piepen was hier gerade gezündet wurde alter so wenn wir es schaffen soll ich oder du die sind geil alter so zwei stück 3 3 1 fremd alter wie geil richtig geil jetzt gibt's kobra dumbo im fb3 alles auf einen haufen aber möge sagen es ist verrückt aber der liebe silvester fan hat er macht das da und er sollte um sein leben rennen auch aber kann stehen bau fuck diese druckwelle holy fucking shit man hier sehen sie ein wildes daniel und wir werden das jetzt mal so machen wir werden mal den an also den vorbrenner von dem funke hier nutzen um die äh shell zu entflammen in der hoffung das funktioniert wünsche mir glück die brennt nicht schade brauchen stärkeren vorbrenner die ist aber ein bisschen angebrannt aber leute bitte nicht nachmachen mit einem crazy robot jetzt warte die brennt ach du heilige wua was wie geil war das denn ganz nett oder ja leute jetzt eine 4 inch 4 inch green chrysanthemum und die gibt es gleich nach dem cut schade ok sie brennt ach du heilige schade uuuhh hä was war das chrysanthemum aber wo war das chrysanthemum wo war das chrysanthemum wo ist es der war ja sogar gut alter habe ich gehört aus der regie gerade ja richtig gesagt ja dann würde ich mal sagen starten wir das gute teil wie geil ist denn voll elegant was die big bang also das komplette cover liegt noch da geiles teil auf jeden fall empfehlenswert kauft dann erst mal selber zeigen meine sache bomber boom von bomber boom ich dachte dass das ist lustig sollen überhaupt richtig richtig gut sein wir sind hier gerade in deutschland jetzt gleich illegale sache wir sind hier in deutschland hallo cool dass du ein foto machst lass ich überhaupt zu stehen ich kann es noch mal versuchen vorbrenner der welt war der so schlecht war gar nicht war da ganz gut muss ich einfach schon weiter und nein nein ich will mir die hand verfleischung sind schon ganz deftig eigentlich lustig lustig hier schreckt mir ab ewig nicht gezündet richtig weißt du was was das macht was gleich mal bei tors bestellen die sind so geil ok was ist das denn schön so starten wir mit dem silbernen das war zitat von laurin hier multi kulti ich gebe da kein statement zu also deswegen also diese abdeckung ist super sinnvoll hier sehen wir einen kürbel die er versucht einen vulkan anzug nein dieser vulkan ist eindeutig sehr gut drohungen im video das war richtig edel ja hallo ich will das mal bitte kommen und du schickst es an mir das mal an ok komm nein nicht nein gar nicht essen ach zünden ach zünden warte warte ja ich zünde doch es läuft doch schon läuft schon die ganze zeit ich zünde doch ich hab schon aufgenommen wo du gegessen hast ja ich zitter doch nicht so Dennis das ist das golden dragon von original der hat bks übrigens und der brettert bisschen doll aber dein name ist gut rauchen ey der hat nen kreis mit kreiseffekt warte hier ist selbst erklärend hey warte mal wenn du den nicht anklickst wir müssen alle erstmal feuer anmachen wir machen es nicht ab das brennt doch durch das ist alles gut ja das geht aber das geht doch schneller an oh gott warte warte nee das ist der einzige den man hier so macht oh iiii und ok ja ich mach hier ja ok 3 2 1 tu tja Aber jetzt hat sich der nico und der ja und schon 90 euro weg Jetzt hat sich der nico und der paar dings nicht viel genommen Balloons weißt du? Ja, Balloons. So, jetzt gibt's die Sternstaub aus Röder Edition. Gezündet von Böllerczyk. Ach du Scheiße. Auto. Hä, sollt ihr Auto machen? An die Auto. Oh, Edel würde ich davon überwangen. Äh, Edel? Loll, guck mal wie's aussieht. Boah, Alter. Ja, da muss man eigentlich mal hin. Widen, Junge. Oh, Yellow Crackling Flower with Green Purse. Passt ja überhaupt nicht zusammen. Wir machen's trotzdem. Wir machen's trotzdem, weil wir's können. Ja. Ich möchte das jetzt, ne, das ist nicht gut auf den Kleinen. Geht, los. Kann man nur eine zünden. Gut. Ja, eine nimmt auch. Und es heißt doppelt anzünden. Pass auf, die kippt um, die steht nicht richtig. Alter, Johannes nervt gar nicht mit seiner Ampel. Na ja, auf jeden Fall jetzt die Jorge Fontaine. Ähm, ja. Können wir? Wir können. Drei Stunden später bei Daniel. Ja. Was? Was war das denn? Mück. Ja. Loll. Ja. Loll. Also die sind jetzt immer unsympathisch. Blau auf jeden Fall. Der Green, der ist ein Temum. Weiß ich da nicht. Das ist ein Baumstumpf, aber Tim bezeichnet das als Stein. Die sind richtig gut anzuziehen, vor allem weil man diese Schutzfolie nicht abmacht. Das ist so. Was? Alter. Die war groß. Die war groß. Ja, ihr schafft es ziemlich. Geil, fertig. Die haben immer so einen geilen Stark. Das war geil. Bislang sind die Fontänen geil. Stahl, Yellow, Pearl. Und? Silver Pine mit Red Pearls. Das passt ja nix. Ey, es schneidet. Es regnet. Eventuell. Tschüss. Tschau. Ey, diese komische Kacke hier. Hat Gau auch schon so toll hinbekommen. Schau da, ist ein Gau. Beste Batterie morgen. Okay. Also noch eine kann ich auch schon einen aufholen. Ja, da. Ich wusste es so gut schneiden. Ohne Witz. Nimm die ganze Zeit auf. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Schau mal etwas nicht aus. Ab geht er da, Peter. Und Tim schafft es heute wieder nicht. Das ist ja edel, ey. Das ist was richtig Schönes. Ja. Die lohnen sich. Sehr gut. Zwei sind noch da, oder? Ja. Euro. Alter. Was? Alter. Absolut Premium, ey. Absolute Kaufempfehlung, muss ich sagen. Kaufempfehlung, übel hart. Jetzt eine Zink 9.05 auf Tschechischen. Nicht bewegen. Stadtsgebiet. Ne? Gepimpt noch extra? Hm, nicht gepimpt. Zehn Knöne. Oh. Alter, das wird heftig, Leute. Diese Tour, ne? Alter. Zehn Knöne. Zylinderchill. 3 Inch. Red Peony Plus 6. Also, bumm. Was ist das für ein Hersteller? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Steht nix. Joyner. 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 Ach, Scheiner wieder. Kennt man irgendwie. Scheinertown. Ja. Jetzt die Shell. Oh Gott. Es könnte überhaupt sehr viel Schwarzpulver gewesen sein. Ja. Oh Gott. Das ist ein riesen Rauchring. Das ist ein riesen Rauchring. Der Smoke. Boah. Was? So bleib. Ist ja nicht möglich. Boah. Die war richtig geil. Ja, Mann. Final Repos. 15 Euro. Ja, ich weiß. Ja, auf jeden Fall. Tor. A3. Weißt du, wo du draufdrücken musst, wo die Lampe ausgeht? Nee. Mach du. Mach einfach gleich aus. Mach aus. Turn it off. Ja. Was? Sexy. Ja. Sexy. Also. Ja. Für. Boah. 30 Gramm. Ganz ordentlich was da rauskam, oder? Ja. Jetzt die. Color Thunder King 2.0. Möchtest du zuerst? Mach ein Lila. Ich hab grad blind die. War Lila. Was? Waren mehrere Farben auf jeden Fall? Jetzt die grün. Grün? Hä? War doch dasselbe, oder? Ja, ist so. Der, der Abschluss ist... Orange! Was? Der Abschluss ist druckvoll, aber... Dann der Effekt. Boah! Der war sehr schön. Das war sexy. Blue! Nee. Oh, nee, oder? Nee. Oh, nee, oder? Nee. Oh, nee, oder? Nee, ganz rein. Machen wir mal rot weiter. Rot weiter. Schön. Ja, ganz nett, aber die Ausweiter müssen wir jetzt nicht machen. Für Cut 3, ja. Für Cut 3, oder? Ja. Den er eh jetzt, Cut 2. Ja. Steht er wahr. Ui. Der war wieder geil. Der war sehr schön. Ich dachte, der geht unten. Der zerlegt unten. Super Überraschungsvulkan. Yes. Made in Germany. Nee, in Taiwan. Steht Made in Germany. Nein, es ist Taiwan. Oh, der Justus, ey. Der braucht lange. So, Leute. Jetzt geht's los hier. Oder weiter? Jetzt geht's los. Anfangen. Aus deutscher Produktion. Oh, die Dunter. Ja, ne. Hallo. Warte. Nein. Arschloch. Boah. Boah, was. Alter. Boah. 3, 2, 1. Jawoll. Geil. Übel geil. Sniper von Triplex. 30mm. 13 Schuss. Auf jeden Fall. Verspricht interessant zu werden. Ist ja wie ne Poison. Oh. Ups. Ich nehm was. Am Anfang scheiße. Aber dann überraschend gut noch. Wenn der Preis stimmt. Ja. Oh, romantisch Leute. Die haben immer nen ganz gewissen Charme. Finde ich. Aber zieht sich ein bisschen. Boah. Hä? Lol. Boah. Hammer. Hammer. Geil. Jetzt gibt es hier die Sky Rockers. Versuchen wir mal so viele wie möglich. Los geht's. Bei mir alle. Alle. Boah. Das war geil. Boah. Das war geil. Hammer von Blackfly. Kippt der eh um. Kippt der eh um. Und umkippt. Was ist dieser schön. 2 Euro ne? Die gibt's nicht einzeln. Lol. Wenn ich die hoch bin, sind wir 2 Euro. Geht voll. Schön und kein Ding. Ja. Orient. Ohne Vorstellung. Einfach mal so. Boah. Oh, die hat die von Kähne. Das wusste die gar nicht. Nein. Kippt jetzt safe um. Einfach nur ein Traum. Einfach nur ein Traum. Richtig schön. Match One von Classic. Warte. Welche hast du jetzt? Noch ne blaue. Blaue. Die kleine. Alter. Alter. Wir haben die grad schon gez... Ah ne. Am Boden. Boah. Ist ja nicht normal. Wie hammern die denn da? So geil. Ja, aber das war ein anderer Effekt jetzt. Auto. Polizei. Krankenwagen. NSA. Nase. Ist ja nicht nur... Ey, was geht denn mit denen? Ich glaub die sind nur... Undertschart. Jetzt film ich alle. Gerade kam schon wieder ein Effekt. Die sind jetzt die größten, ja? Alle gleichzeitig? Grüne Kappe. Erstmal eine. Erstmal eine. Erstmal eine. Erstmal eine. Oh oh. Ja. 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 Die letzte Leute. Ey. Da kommt ein Wildschwein. Ja moin. Wildschwein. Was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht. Wir feiern die ganze Nacht. Ich hab Bock auf Schnitzel, Leute. Ja. 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 Das war's, Alter. Äh. Jetzt rote... Rote Kappe. Wie so ne Shell. Wirklich. Ne. Ist ja auch wahrscheinlich ne Shell drin. Wie die Shell Tankstelle. Wie die Tankstellen Schelle. Du kriegst durch ne Tankstellen Schelle, Junge. 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 Jetzt noch ne rote Kappe. Mal gucken, ob die auch so sind. Es ist halt 21,45 erst oder so, ne? Ja. Na, 30, 30. 45? Ne. 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 Liefel mal. Ja, bestes Bild, Alter. Richtig schlecht. Heron. Heron Kick 9 von Heron. Jetzt die Herren Kick 9 von Heron. Heron. Heron? Kick 9? Kick 9? Kick 8, oder? Kick 8, oder? 8 plus 1! O Himmelis 5. Richtig schlecht tief. 10er eh? Ich sag präfer werden, later sehen wir uns im nächsten Video! Checkt die ganzen Dudes ab und hau da rein! und tschau.